Franz Kafka Betrachtung Unglücklich sein Als es schon unerträglich geworden war, einmal gegen Abend im November, und ich über den schmalen Teppich meines Zimmers wie in einer Rennbahn einherlief, durch den Anblick der beleuchteten Gasse erschreckt, wieder wendete, und in der Tiefe des Zimmers im Grund des Spiegels doch wieder ein neues Ziel bekam und aufschrie, um nur den Schrei zu hören, dem nichts antwortet, und dem auch nichts die Kraft des Schreiens nimmt, der also aufsteigt ohne Gegengewicht und nicht aufhören kann, selbst wenn er verstummt. Da öffnete sich aus der Wand heraus die Tür, so eilig, weil doch Eile nötig war, und selbst die Wagenpferde unten auf dem Pflaster, wie wild gewordene Pferde in der Schlacht, die Gurgeln preisgegeben, sich erhoben. Als kleines Gespenst fuhr ein Kind aus dem ganz dunklen Korridor, in dem die Lampen noch nicht brannte, und blieb auf den Fußspitzen stehen, auf einem unmerklich schaukelnden Fußbodenbalken. Von der Dämmerung des Zimmers gleich geblendet, wollte es mit dem Gesicht rasch in seine Hände, beruhigte sich aber unversehens mit dem Blick zum Fenster, vor dessen Kreuz der hochgetriebene Dunst der Straßenbeleuchtung endlich unter dem Dunkel liegen blieb. Mit dem rechten Ellenbogen hielt es sich vor der offenen Tür aufrecht an der Zimmerwand und ließ den Luftzug von draußen um die Gelenke der Füße streichen, auch den Hals, auch die Schläfen entlang. Ich sah ein wenig hin, dann sagte ich »Guten Tag« und nahm meinen Rock vom Ofenschirm, weil ich nicht so halbnackt dastehen wollte. Ein Weilchen lang hielt ich den Mund offen, damit mich die Aufregung durch den Mund verlasse. Ich hatte schlechten Speichel in mir, im Gesicht zitterten mir die Augenwimpern, kurz, es fehlte mir nichts als gerade dieser allerdings erwartete Besuch. Das Kind stand noch an der Wand auf dem gleichen Platz, es hatte die rechte Hand an die Mauer gepresst und konnte ganz rotwangig dessen nicht satt werden, dass die weiß getünchte Wand grobkörnig war und die Fingerspitzen rieb. Ich sagte »Wollen Sie tatsächlich zu mir?« »Ist das kein Irrtum?« »Nichts leichter als ein Irrtum in diesem großen Haus.« »Ich heiße so und so, wohne im dritten Stock.« »Bin ich also der, den Sie besuchen wollen?« »Ruhe, Ruhe«, sagte das Kind über die Schulter hinweg, »alles ist schon richtig.« »Dann kommen Sie weiter ins Zimmer herein. Ich möchte die Tür schließen.« »Die Tür habe ich jetzt gerade geschlossen.« »Machen Sie sich keine Mühe.« »Beruhigen Sie sich überhaupt.« »Reden Sie nicht von Mühe, aber auf diesem Gange wohnt eine Menge Leute.« »Alle sind natürlich meine Bekannten.« »Die meisten kommen jetzt aus den Geschäften.« »Wenn Sie in einem Zimmer reden hören, glauben Sie einfach, das Recht zu haben, aufzumachen und nachzuschauen, was los ist.« »Es ist einmal schon so. Diese Leute haben die tägliche Arbeit hinter sich.« »Wem würden Sie sich in der provisorischen Abendfreiheit unterwerfen?« »Übrigens wissen Sie es ja auch.« »Lassen Sie mich die Türe schließen.« »Ja, was ist denn? Was haben Sie?« »Meinetwegen kann das ganze Haus hereinkommen.« »Und dann noch einmal.« »Ich habe die Tür schon geschlossen.« »Glauben Sie denn, nur Sie können die Türe schließen?« »Ich habe sogar mit dem Schlüssel zugesperrt.« »Dann ist's gut. Mehr will ich ja nicht.« »Mit dem Schlüssel hätten Sie gar nicht zusperren müssen.« »Und jetzt machen Sie sich es nur behaglich, wenn Sie schon einmal da sind.« »Sie sind mein Gast.« »Vertrauen Sie mir völlig.« »Machen Sie sich nur breit, ohne Angst.« »Ich werde Sie weder zum Hierbleiben zwingen, noch zum Weggehen.« »Muss ich das erst sagen?« »Kennen Sie mich so schlecht?« »Nein, Sie hätten das wirklich nicht sagen müssen.« »Noch mehr, Sie hätten es gar nicht sagen sollen.« »Ich bin ein Kind. Warum so viel Umstände mit mir machen?« »So schlimm ist es nicht. Natürlich ein Kind. Aber gar so klein sind Sie nicht.« »Sie sind schon ganz erwachsen.« »Wenn Sie ein Mädchen wären, dürften Sie sich nicht so einfach mit mir in einem Zimmer einsperren.« »Darüber müssen wir uns keine Sorge machen.« »Ich wollte nur sagen, dass ich Sie so gut kenne, schützt mich wenig.« »Es enthebt Sie nur der Anstrengung, mir etwas vorzulügen.« »Trotzdem aber machen Sie mir Komplimente. Lassen Sie das. Ich fordere Sie auf. Lassen Sie das.« »Dazu kommt, dass ich Sie nicht überall und immerfort kenne, gar bei dieser Finsternis.« »Es wäre viel besser, wenn Sie Licht machen ließen.« »Nein, lieber nicht. Immerhin werde ich mir merken, dass Sie mir schon gedroht haben.« »Wie, ich hätte Ihnen gedroht? Aber ich bitte Sie. Ich bin ja so froh, dass Sie endlich hier sind.« »Ich sage, endlich, weil es schon so spät ist. Es ist mir unbegreiflich, warum Sie so spät gekommen sind.« »Ja, ist es möglich, dass ich in der Freude so durcheinander gesprochen habe und dass Sie es gerade so verstanden haben.« »Dass ich so gesprochen habe, gebe ich zehnmal zu.« »Ja, ich habe Ihnen mit allem gedroht, was Sie wollen.« »Nur keinen Streit. Um Himmels Willen.« »Aber wie konnten Sie es glauben? Wie konnten Sie mich so kränken?« »Warum wollen Sie mir mit aller Gewalt dieses kleine Weilchen Ihres Hierseins verderben?« »Ein fremder Mensch wäre entgegenkommender als Sie.« »Das glaube ich, das war keine Weisheit. So nah, als Ihnen ein fremder Mensch entgegenkommen kann, bin ich Ihnen schon von Natur aus.« »Das wissen Sie auch. Wozu also die Wehmut?« »Sagen Sie, dass Sie Komödie spielen wollen, und ich gehe augenblicklich.« »So, auch das wagen Sie mir zu sagen?« »Sie sind ein wenig zu kühn. Am Ende sind Sie doch in meinem Zimmer.« »Sie reiben Ihre Finger wie verrückt an meiner Wand.« »Mein Zimmer. Meine Wand.« »Und außerdem ist das, was Sie sagen, lächerlich, nicht nur frech.« »Sagen Ihre Natur zwinge Sie, mit mir in dieser Weise zu reden.« »Wirklich? Ihre Natur zwingt Sie?« »Das ist nicht von Ihrer Natur. Ihre Natur ist meine, und wenn ich mich von Natur aus freundlich zu Ihnen verhalte, so dürfen auch Sie nicht anders.« »Ist das freundlich?« »Ich rede von früher.« »Wissen Sie, wie ich später sein werde?« »Nichts weiß ich.« »Und ich ging zum Nachttisch hin, auf dem ich die Kerze anzündete.« »Ich hatte in jener Zeit weder Gas noch elektrisches Licht in meinem Zimmer.« »Ich saß dann noch eine Weile beim Tisch, bis ich auch dessen müde wurde, den Überzieher anzog, den Hut vom Kanapé nahm und die Kerze ausblies.« »Beim hinausgehen verfing ich mich in ein Sesselbein. Auf der Treppe traf ich einen Mieter aus dem gleichen Stockwerk.« »Sie gehen schon wieder weg, Sie lump?« »Fragte er, auf seinen über zwei Stufen ausgebreiteten Beinen ausruhend.« »Was soll ich machen?« »Sagte ich.« »Jetzt habe ich ein Gespenst im Zimmer gehabt.« »Sie sagen das mit der gleichen Unzufriedenheit, wie wenn Sie ein Haar in der Suppe gefunden hätten.« »Sie spaßen, aber merken Sie sich, ein Gespenst ist ein Gespenst.« »Sehr wahr. Aber wie, wenn man überhaupt nicht an Gespenster glaubt?« »Ja, meinen Sie denn, ich glaube an Gespenster?« »Was hilft mir aber dieses Nicht-Glauben?« »Sehr einfach. Sie müssen eben keine Angst mehr haben, wenn ein Gespenst wirklich zu Ihnen kommt.« »Ja, aber das ist doch die nebensächliche Angst. Die eigentliche Angst ist die Angst vor der Ursache der Erscheinung.« »Und diese Angst bleibt.« »Die habe ich geradezu großartig in mir.« »Ich fing vor Nervosität an, alle meine Taschen zu durchsuchen.« »Da Sie aber vor der Erscheinung selbst keine Angst hatten, hätten Sie sie doch ruhig nach Ihrer Ursache fragen können.« »Sie haben offenbar noch nie mit Gespenstern gesprochen. Aus denen kann man ja niemals eine klare Auskunft bekommen. Das ist ein Hin und Her.« »Diese Gespenster scheinen über Ihre Existenz mehr im Zweifel zu sein als wir, was übrigens bei Ihrer Hinfälligkeit kein Wunder ist.« »Ich habe aber gehört, dass man sie auffüttern kann.« »Da sind Sie gut berichtet. Das kann man. Aber wer wird das machen?« »Warum nicht, wenn es ein weibliches Gespenst ist, zum Beispiel?« sagte er und schwang sich auf die obere Stufe. »Ach so«, sagte ich. »Aber selbst dann steht es nicht dafür.« »Ich besann mich. Mein Bekannter war schon zu hoch, dass er sich, um mich zu sehen, unter einer Wölbung des Treppenhauses vorbeugen musste.« »Aber trotzdem«, rief ich, »wenn Sie mir dort oben mein Gespenst wegnehmen, dann ist es zwischen uns aus. Für immer.« »Aber das war ja nur Spaß«, sagte er und zog den Kopf zurück. »Dann ist es gut«, sagte ich und hätte jetzt eigentlich ruhig spazieren gehen können. Aber weil ich mich gar so verlassen fühlte, ging ich lieber hinauf und legte mich schlafen.